Die Asche der verzauberten Kreatur opfert sie am Ende seines Zuges. Die kann nicht jetzt irgendeine, äh, ja, wir sind hier gerade mit dem David und den Nerden übelst. Oh, wir haben uns auch übelst lieb und so. Was war das, Hannah? Ja, so, das war es auch schon wieder, das musste ich nur kurz festhalten mit meiner Stimme.